Ich meine der Außenpost kann ja nicht dort sein, wo wir das letzte mal die gegnerischen Orten besiegt haben. Nehme ich mal an. Also wahrscheinlich ist der Außenpost hier. Gerade hier dieses grüne Teil mit designt. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen wohin das hinführt. In den Außenposten müssten eigentlich doch Soldaten sein statt Monster oder nicht? Wenn es so weiter geht, muss man blaue Gegenstelle auch nicht aufnehmen, weil es nicht zu viel Platz gibt. Oh, diese Truhe sieht nicht aus. Du hast kein freigeschaltet. Du hast abgeschlossen. Hä? Du hast gequests. Da ist ja... Wir nehmen auf jeden Fall das. Aber die Kraftschätze ist auch schon krass. Egal, ich will goldene Gegenstände haben, deswegen nehmen wir das. Das ist nicht passiert. Okay. Das war es auch nicht. Naja, bleibt ja nicht mehr so viel übrig. Wir werden es bestimmt gleich finden. Hoffe ich zumindest. Das kann ja nicht anders sein. Wir haben schon fast alles durch. Also sagen wir es im Nordwesten ist es nicht. Also müssen wir nach Südwesten oder nach Westen? Also ich habe eine beste Idee. Keine Lust jetzt bis dort wieder zu laufen. Mal schauen, wie... Ja, das blöde ist. Es gibt nicht wieder Diablo so eine Karte, wo man sehen kann, wo man hin muss. Hier ist das schon mal nicht. Nehme ich an. Obwohl ich auch mal laufen schaue. Ah, da ist die Stadt nochmal. Genau. Nee. Hier ist es nicht. Wir sind schon richtig, oder? Das wollen wir denn zeigen? Ja. Okay. Dann müssen wir einmal nach Westen. Okay. Diesmal laufen wir richtig. Eindeutig. Zack. Ja. 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 Ich bin... Hellseher. Aber ich würde mal sagen, bevor wir jetzt weitergehen... würde ich kurz die Gegenstände verkaufen, die ich habe... weil wir sie jetzt nicht mehr haben. Das ist mein Freund, wie kann ich dir helfen? Du hast einen guten Augenblick. Ich weiß gar nicht, ob wir mal blocken und so mit dem Sprach. Kraftschild, Kampfmaterial, Widerstand. Ach egal, was soll ich, ist doch an. Für Gold und bei ihm, ok. Okay. 250. 250. Das ist ja schon auf Null. Du brauchst schon ein Null gebrannt. So, jetzt ist noch das. Ich fühle die Kraft durch mich. Ich weiß nicht, was die kleine sind. Das schaue ich mir später an. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder die Anfangstruppen kurz besiegen, aber das spielt ja keine Rolle. Hauptsache wir haben die Sachen gekauft und haben jetzt Geld. Na gut, die sind noch besiegt. Gott sei Dank. Ich weiß gar nicht, zwei mal gegen die Kämpfe. Da sehen wir so, für das, dass wir spazieren gegangen sind, haben wir jetzt ein bisschen Level bekommen. So sind wir ein bisschen stärker, ausgelöstet und besser, also sagen wir so, dass wir jetzt besser das hohe Level haben, dass wir uns leichter durch die Horden durchkämpfen können. Also ganz und sonst war der Tipp jetzt nicht, würde ich sagen. Ich nehme mal Abkürzung. Aber ich weiß nicht, dass wir so schnell schlafen können. Das ist doch toll. Der ist auch supposed to beurteilt. Das Level Zähigkeit wirkt mir jetzt höher. Okay, hier Zähigkeit oder Widerstand, Bewegungsgeschwindigkeit, das ist auch nicht schlecht. Eingriff von Schaden, okay, das machen wir. Weiter geht's. Ja! 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 Ederick! Bruder! Just the one I was looking for. I miss you, brother. I'm glad you survived that mess down there. So am I. You've seen Val? Edrick, have you seen her? Yes. Did she talk to you? She did. She pleaded your case to me and Melis. Your strange condition, the surges of witchcraft, everything. We wanted to bring this to father, but Melis had lost her mind after seeing you transform. Sending an Alistair to get you back. Valeria stood in her way. She's alright. Just detained for now. But Melis might want to make an example of her. She's kept with our prisoners of the Brotherhood of Dawn. Come now. We have to meet father. Only he can keep Melis in check and make things right. Let's see. I think this is the best one. We could do that either way. We're gonna go out for the mercy of two Todd. So viel zum Thema, dass wir alleine durch die Gegend reisen müssen, also doch nicht. Jetzt haben wir noch einen für uns hilft. Ich kann das nicht machen. Oh, Trank, die mich mal mit. Oh, Pipa will film. so oder wie öffne ich das noch mal die brachter platz das ist nicht mehr wie man die piste hätten geöffnet stadt butter aktive aktiv jetzt okay und hier mal schauen welche fähigkeiten weil das da der sprung repetitisch zum zielpersonen wir brauchen nicht beide brauchen wir nicht das haben sich ja geschützt war das immer geil ist also weg der geschützt ist ja mir jetzt haben wir doch das bekommen was ich heute es sieht richtig heftig aus weil ich wollte noch weg aber der ist nicht weggelaufen ja pech gehabt so i take you we won the battle against the brotherhood of dawn we we did the camp is burning as we speak today fight well not well enough taking the flank left them no chance to rally and push us back where's our camp we're packing up ready to leave stormfall would be too happy if i found a republican army near their borders oh trust me stormfall is much worse to worry about with tormented souls roaming the countryside ja das war die falsche tasse nein die tasse kombination muss ich mich doch ein bisschen gewählen ja 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 da und jetzt sehr cool aus. Hier unten ist übrigens die EPE Leiste, der sieht platt. Ich habe es nicht mehr so gut, aber ich habe es nicht mehr so gut. Für jeden gewünschten Gegner durch Flügel des Ischamir wird die Abkriegenzeit reduziert, erhöht die Geschwindigkeit von Flügel des Ischamir. Fähigkeiten dauern. Frag mich, wenn ich den Geschützturm aktivieren kann, das ist bestimmt eine coole Fähigkeit. Fähigkeiten dauern. Fähigkeiten dauern. Fähigkeiten dauern. Fähigkeiten dauern. Hammer ist schon cool und so, aber ich würde gerne andere Fähigkeiten auch noch erlernen. Es ist ja mehr als eine Hammer-Funktion, weißt du? Also mehr als eine Hammer-Fähigkeit meine ich. Bei Diablo wurde man ja zugeschüppelt mit den primären Waffenangriffen und so. Hier bekommt man nur eins gefühlt, eineinhalb Stunden. Ich weiß nicht was, was ich auf dich verletze. Ich werde Mählis nicht in deinem Weg bringen. Der einzige Entschuldigung, die ich verletze, wird der von Hemlock sein. Nicht richtig. ich gehe mal kurz zum stein mal schauen was das für eine fehl auf mich hat ich bin in der stufe auf sehe ich gerade erstens sehe ich gerade jetzt meine ich war ein bisschen zu leise vielleicht ich weiß auch nicht was los ist ab und zu wenn ich irgendwie von leise beim sprechen ich bin es heute nicht immer so hier zauber effekt schaden kraftschild kraftschild genau das machen wir das habe ich so gehabt und zwar ein sparabbos gegner muss ich sagen haben wir das aufgenommen oder nicht sieht so aus ach das ist die ausdauer ok nach der habe ich gesucht gehabt das ist nicht passiert die remains of the brotherhood of dawn's camp is more so das ist so 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 davor auch das scheint besser zu sein nehmen wir das sind auch besser oder ja so ich schätze das letzte dungeon das die 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 die